Oh, oh, auf geht's, auf geht's, auf geht's. Ja, egal. Okay. Sind nur 5 Sekunden. Wo hab ich mich denn eingebaut? Hä? Oh Gott. Nero-Rami-Keksi fehlt bei... Warte mal, Slash-MV. Ja, einer ist, glaub ich, tot war, was der meinte. Ähm, man kann eine Kiste save, hast du die neuen Regeln gelesen? Nee, noch nicht. Irgendwie eine Kiste. Ich geh jetzt mal hoch. Hast du eigentlich unsere Kiste abgebaut? Nee, die hab ich einfach nur gesaved. Mit, äh, aber die hätte man nicht gefunden. Die war so eingebaut, dass ich da Granit drüber gebaut hab, so, als ob das eine ganz reguläre Wand gewesen wär da. Perfekt, perfekt. Ich hab hier nämlich unten alles mit Granit zugepflastert, als ob das hier so normal wäre. Okidoki. So, jetzt ist mein Gang nämlich auch zu. Da muss ich jetzt... Du am Sneaken? Äh, ja, ich sneak hier. Hoi. Hoi! Uuuuuhu! Okay, ich geh dann mal wieder runter. Unten war ja noch ne Höhle bei mir. 19 Minuten ab jetzt, mein Lieber. Ein bisschen Eisen brennt. Oh, Alter, die sind eh schon alle full Iron, ne? Ja, man, die sind halt alle echt so weit. Ja, das ist so dreckig, ey. Na, belastend. Das ist richtig belastend, Alter. Welche Höhe finden wir eigentlich am besten Eisen? Ja, ich glaub, da gibt's keine Höhen, oder? Ich weiß es nicht. Google Chrome lässt grüßen. Oh, mate, Alter. Ich hab hier jetzt nochmal Kohle. Achso, übrigens, ne, wir haben hier einen Lavasee. Wenn wir uns Lava-Eimer machen und die dann in den Ofen packen, halten die eh länger als Kohle, ne? Damit kann man 100 Items brennen. Ja, moin. Mit einem Lava-Eimer, also. Okay. Natürlich müssen wir dann auch 100 Items an einem Stück da reinpacken. Naja, klar. Sonst brennt der ja durch. Aber der kann halt theoretisch 100 Items durchbrennen. Okay, okay, perfekt. Aber ansonsten hab ich jetzt auch nochmal 64 Kohle, oder was? Ja, ich hab oben auch noch was reingetan. Ja, sollte passen alles. So is it. Du hast ja fast ne Fledermaus erschlagen, weil ich mich so erschrocken hab, Alter. Ja, moin. Oh, no. Okay, Skelett ist D-O-W-N. Ja, die Buhren, die waren ja deaktiviert, die Skelette und Bob, so alles generell. Ja, ja, ich hab mich, ja, ja, ich hab mich schon gewundert, Alter. Und die, die Läser waren, haben so Lack, ne? Ja, Mann. Oh mein Gasch, ey, das gibt's echt nicht. So viel Lack hätte ich gerne auch gehabt, ey. Sind einfach gar nix. Wenn wir jetzt auf die Gegner treffen, die jetzt hier noch online sind, dann sind wir so gefickt. Ja, Mann. Ich hab sogar keine Chance. Ja, ich sneak halt die ganze Zeit durch, auch. Ja, wobei, ten, easy, ten. Ja, wann. Neun Eisen hab ich. Ich hab oben auch nochmal acht gebraten. Da machen wir als erstes Brustplatten, oder? Ja, ja, ich wär auch dafür, dass wir uns gleich jeweils in den Ofen mit runternehmen und uns da dann selber unser Zeug zusammenfahren, wenn wir eine Brustplatte haben. Weil das dann eh der Weg langsam irgendwann zu lang wird. Bei meiner ist es zum Beispiel schon einige Blöckchen länger. Nochmal Eisen. Ich find einfach gar kein Eisen. Ja, es ist grad auch eher so Lack bei mir. Ich grab mich hier so quer durch den Grund. Oh mein Gott, da hat sich eine Textur bewegt. Ich dachte, das wäre ein Name. Ja, moin. Ficken, Alter. Voll den Herzschlag bekommen. Ich bin so keine fünf Minuten zu Hause. Ich stopfe nur gerade eben so ein Baguette rein. Nebenbei telefoniere ich mit meinem Vater. Nebenbei, als ich dann das Baguette aufwarte, schnell den PC angeschalten, sofort auf 2S gejoint, weiter telefoniert. Dann gab's auch schon du. Alter. Oh mein Gott. Dann hab ich gesagt, ja Papa, ich hab jetzt noch eine Aufnahme zu machen. Sorry, wir telefonieren morgen weiter. Oder auch nicht. Mal gucken. Morgen hab ich auch noch Aufnahmetermine. War hier jemand? Wo? Bei mir. Hier war Kohle abgebaut. Die lag hier rum. Ja, kann nicht gewesen sein. Digga, fliegt eine Fledermausse, Digga. Ja, moin. Ja, 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 du bist bei mir, Digga. Ey, du bist in der Nähe von mir. Ein Sneamer? Ja, ich bin schon etwas weiter weg. Ich hab jetzt hier so einen richtig langen Tunnel. Alter, moah, fucking Redstone, Alter. Geh mir auf die Eier. Gott, das ist ja eklaft. Überall ist hier Redstone. Ja, ich hab Lapis zum Verzaubern schon mal. Sauber. Ich glaub, ich bin bei dir. Was Lava. Ja, ist da so ein kleiner Lavasee? Jo. Ja, ja, dann bist du bei mir. Ich glaub, ich find nie wieder zurück, ja, moin. Ja, doch, 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 doch. Meine beiden Picken, nochmal Eisen. Meine beiden Picken sind gleich down, ey. Sowohl die Eisen als auch die Stein. Also, ich hab gleich eine komplette Eisenrüstung in meinem Inf ungebraten, also, ungeschmolzen. Ja, ich auch. Nämlich gar nicht. Oh, Mann. Ich hab keine Picke mehr. Ich hab noch Holz mit. Meine ist jetzt auch down. Ja, jetzt sind beide broke, Alter. Oh my gosh. Jetzt muss ich zurück sprinten hier. Ich hab kein Holz mitgenommen. Okay. Oh, Mann, ey. Ich hab zwei Pfeile. Oh my gosh, der Creeper. Oh my gosh. Die spawnen jetzt in meinem Gang un... Oh. Ficken. Daran hab ich jetzt gar nicht gedacht. Mein Daumen fällt schon wieder fast ab, ey. Ja, moin. Ohne Witz, ne. Ich hab heute Morgen erstmal so... Es ist halt hier in diesem... Pissdorf einfach so. Die Busse fahren hier nur stündlich. Weiße. Ja, und die kommen halt bei meinem Praktikumsplatz um 57 an. Du musst um 0 anfangen, wa? Ja, genau. Und ich müsste halt dann noch hin... Weil... Entweder noch ein Bus mal nehmen... Ja. Oder halt hinlaufen. So, das heißt, ich käme zu spät. Das heißt, ich muss den... Eine Stunde früher neben dem Bus... Damit ich nicht da bin. Warum hast du nie gefragt, ob du ein bisschen später anfangen kannst? Ja. Hab ich jetzt auch. Es ginge theoretisch, ja. Ähm, nur... Ich muss halt in ein paar Tagen nochmal nachfragen, weil der Boss momentan nicht da ist. Kann halt nur der Azubi mir sagen. Jawohl. Ja, das ist halt miese Brise. Aber naja. Ja, die 20 Eisenbraten. Ich hab dann auch noch was gefunden. Hab dann auch nochmal 10 gefunden. Oh, 10? Ganze 10? Ganze 10. Ich hab dir ne Brustplatte in der Chess gemacht. Naja. Ah, hier kommt das Eisen doch, du. Ja, moin, Digga. 300 Mobs. 300 jetzt übertreibt man nicht, Mickey, ne? Ich glaub, ich bin da Steinschwert hier zum Kämpfen. Monsterjäger, mein kleiner Mickey ist ein Monsterjäger. Ja, moin. Oh, wie cute. Ja, jetzt hab ich hier ne gediegene Eisenphase. Ja, Lava drüber, glaub ich nicht. Ja, moin. Doch, das ist immer noch kein Levy-Mod. Erlaubt, ich hab hier... Boah, jetzt voll viel Lava. Wir sind die Einzelnen am Server, perfekt. Ja, okay, das ist jetzt... Erstmal chillig. Ich glaub, wir sind auch die Einzelnen, die das hier gerade durchziehen können mit den vier Folgen. Drei. Ah ja, drei. Drei, drei. Ah, das war eigentlich voll unfair. Ja, nee, wir kommen im Endeffekt genau auf das Gleiche raus, ne? Hä, die durften... Durften die gestern nicht nochmal drauf? Ja, ja. Die waren gestern, dafür sind wir heute durchrushen. Wie oft hab ich ihn jetzt auf dem Server? Dreimal in 24 Stunden, oder wie? Nee, nee, die Rate wurde runtergesetzt. Also, wir dürfen jetzt... Dreimal. Bis Folge 4. Vier. Ja, vier. Und die anderen haben gestern teilweise schon bis Folge 4 aufgenommen. Und dann wird die Rate auf 12 Stunden hochgesetzt. Ah, okay, okay, okay. Also, dass... Irgendwann mal bei Folge 10 muss man ja kämpfen. Ja, muss man zumindest mal einen Gegner gesehen haben, oder so. Naja. Dass man sich halt nicht die ganze Zeit unten in der Höhle verpissen kann. Äh, ich nehm mal den ganzen Crap hier mit. Äh... Ich hab Full Iron League für dich in der Chest, ne? In der Block jetzt hier wegwackt, ne? Ja, ich ficke Minecraft. Und bitte nö. Aber das ist auch nochmal 38 Eisen. Das will hier keiner sehen, Miki. Goldapfel sind ja auch nicht erlaubt, oder? Oder nur OP-Goldäpfel? Äh, nee. Goldäpfel sind erlaubt, aber keine OP-Goldäpfel. So. Hey, cool. Kann Eisenpicker mitkommen? Ja, ich hab mir jetzt, äh... Holz mitgenommen, Alter. Das ist mir sonst fingerlich hier. Jedes Mal fucking wieder hochrennen für eine Picke. Und hast du einen Tagesbericht schon geschrieben? Ne. Mal hier nachher im Bett. Ja, das sieh ich, ja. Ja, und das Geil ist, wir müssen nur Stichpunkte schreiben. Müsst ihr keinen ausführlichen schreiben? Nur einmal. Dann ist das genau wie bei uns gewesen. Also halt, ähm... Von normalen Tagen Stichpunkte. Ja, naja. Und, äh... War das du für deine Praktikumsmarktbekommen? Volle Punkte? 2. 2. 2. Nein, nicht 2 Punkte, Note 2. Ach so. Hahahaha. Hahahaha. Ticke, ein Kollege von mir hat die gar nicht abgegeben. Ja, moin. Ja, bis Dezember-Zeit, Mann. What's up? Ja. Hahahaha. Dezember ist letzter Abgabetermin. Oh, ein Mob-Spawner. Ja, der ist jetzt natürlich mit den neuen Mob-Spawns hier, ne? Perfekt gelegen. Ja, und Flieg. Eisen. Ich hab auch nochmal Eisen. Eisen und Fäden hab ich, mehr nicht. Und ne Pferderüstung, glaub ich. Ich hab keine Fackeln. Als ob? Ja, ich glaub... Ja, ist ne super Level-Farm. Ich lass die da einfach. Ich baue die ein und dann ist gut. Dann können wir daran weiterhin Level-Farm. Ja, ja. Braucht man nicht. Na, 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 na. Ich hab sogar Leder. Ja, Leder hab ich nicht. Aber Fäden hab ich. Für Rot und Bogen. Daher Rott ist er. Ah ja, Rott ist er verbogen, Bogen. Voll behindert. Ja. Es geht. Egal wie alt ein Rot-Player. Wir Rott-Schwitzer ohne Rott, wie wollen wir überleben? Nee, nee, ist auch verboten. Schneebälle als Rott sind auch verboten. Belastend. Genauso wie Eier. Achso, ich kann nicht auch meinen. Darf man eine Double Chest machen? Ja, ne? Ja, mach. Chili und Keksi sind wieder drauf, ne? Ja, hab ich gesehen. Aber sie konnten ausloggen, d.h. sie sind nicht in unserer Nähe, ne? Ah lol, es ist die Teamkiste, die erstellt. Steht ihr sogar im Chat. Jetzt hab ich den Ofen, ich hab irgendwo... Bro. Ähm, ich würd sagen... Gehen wir mal wieder runter. Ja, ich fahre mir schon wieder wie so eine fleißige Biene Kohle. Dez-de-do. Dez-de-de-dem. Dez-de-dem-de... Dez-de-der-de... Dez-de-de... Dez-de-de-de-de. De-de-de-de-de... Dez-de-de-dem-de-de-de-de Dez-de-de-de-de... Dez-de-de... Alles klar! Intairna Jonzzbäste. Hi. Hiiii... rechts von mir ist aber ich höre aber 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 ich bin halt voll gut gelaunt merkt man gar nicht ne merkt man nicht hast schon recht merkt man gar nicht ich bin sonst immer so mies gelaunt dachte mir heute einmal den mickey gute stimmung gönnen oh shit oh shit hier ist eine lahm höhle höhle ich glaube es ist ja aber direkt vor meiner fresse wenn ich den block vergraben steht ein creeper da ist eine lava fail ja eine schlucht eine kleine oh my gosh auf 14 auf 14 halt einfach nur hier ist lava gut ist aber generell gar nichts hier ist nur kohle brauche ich nicht ja jetzt um wasserheimer wäre ganz korrekt machen kobe wie viel fäden hast du neun braucht man neun oder nicht wofür ne warte mal kann man den koppel konnte man koppel nicht machen warum war das im mod pack ich mich irgendwann mal ein koppel gemacht kann auch im mod pack gewesen sein ich sag dir schießt mich jetzt ein skelett hier in den lavasee ne ich quitte ich schwöre ich quitte ich baue hier gerade den kompletten lavasee mit bruchsteinen wieder zu weil ich ja kein wasser habe belassen für dich ja moin warum hast du keinen eimer mitgenommen man das andere ja das ist ich habe zwei eimer aus diesem mob spawner das ist belastend belastende mide deswegen ist endlich mal fackeln nee oh mein gott ich bin so eine witzfigur alter gold ist hier gold hier gold hier aber ich habe keine eisenpicke ja doch ich kann mir eine machen ich habe ja eisen gefunden in dieser tollen höhle ich muss die werkbank aber wieder mitnehmen weil sonst habe ich kein holz mehr ja ja bei mir ist das schwitzen auf holz ab stimmt hier ist der togel sneak nicht mehr jetzt bin ich einfach fast gefällt beim 1 2 gold alter ganze 2 gold hallo nice der fastbridge pro da war ja wenigstens ist ihre generation an nicht so wie ein uhc alter das werden noch behinderter oh mein gott da müsste es ja mit gold öpfel das scheiße dann müsstest du auf die gold öpfel schwitzen und hier findest du mich gerade viel gold müssen aber echt warum also sein ja moin ja ich sehe schon die ganzen randoms immer nur auf die gold öpfel schwitzen und trotzdem verrecken im pvp ja mann alter weißt du haben so nachher 30 gold öpfel aber verrecken sofort im ersten kampf weil sie die ganze zeit noch reingepfeln müssen und keinen hit setzen können weil sie ganze zeit nur kassieren ich höre weniger ich höre eine spinne nein hab noch mal lach hieß auch die spinne kommt näher feuer drei minuten sehen als ob das schon wieder so schnell vorbeigehen alter jetzt ja also zurückkomme ich wahrscheinlich nicht mehr ich auch nicht egal wir connecten ja eh wieder ja aber ich glaube das ist gar nicht mal so schlecht dass wir uns hier getrennt haben zumindest am anfang weil so kriegen wir noch mehr aus der ja genau das stimmt ich glaube nicht dass die anderen sich getrennt haben ich denke sie haben alle zusammengefahren es hat doch gar keinen sinn ja weiß ich nicht ja es gibt ja dumme leute gibt's halt ja ich weiß es nicht ob die lieber zusammenbleiben wollen naja stimmt wenn einer kommen ja ja stimmt schon ich meine ja wir sind wir sind wir sind wir sind ja jetzt nicht schlecht naja ich meine wir könnten zwar trotzdem vielleicht nicht gegen zwei ankämpfen muss ich ja gar nicht sagen und noch mob spawner ein spinnen spawner jawohl ich glaube auch mein lieber herr vom bönefeld ich denke schon dass wir also eine chest ist gelootet an die andere komme ich gar ja ich habe einen sattel und nametag nice erst mal ein pferd machen ich habe auch schallplatten ja ich glaube dem mob spawner hier lasse ich auch stehen für die ganzen level und fäden halt die spinne die wollte krieg alter die wollte richtig krieg spaß nicht die mini film und ich denke schon woher kommen die ganzen spinnen geräusche ja schon nach oben ist so beim muster stein alles klar willst du mich ficken ne ne ich komme vielleicht doch noch zurück ist mein eingang ich glaube ich mach ich mach die öfen gleich mal leer ja ja bist du schon wieder oben ne ne also ich finde den weg zurück ich bin gleich schon wieder da weiß nicht ob ich ihn zurück finde ich denke gleich aber finde ich schon zurück oder ich wieder ein skelett oder sind zwei skelekte in dem gang es wäre jetzt so ein richtiger moment gewesen wäre neben den skeletten auch noch ein creeper gewesen der mich dann in die luft spiel so beide beide skelette besiegt und dann so ihr habt ihr jetzt in einem möglichen triumf feiern ich ein 1 10 die wir wollen die mal her bei der e-mail er 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 Uuu, der ist ja nicht in den Video. Uff da, da bin ich kein Hitcast. Können ihr es überhaupt sehen? Glaube ja. Add a, hallo! Add all, hallo! Weiß es nicht. Ihr mich! Dann mal add... Ah, ok. Wie viel... Mach, du wirst gleich ihn kickt, ne? Pass auf. Ja, ja, in irgendeinem Grund. Hier. Gut gekickt. Ja, ich hab noch alles reingestopft. Perfekto! Sag, wenn du gekickt wurdest. Ja, 3, 2, 1, wurde gekickt. Nice.